Hier sind die Almans und hier sind die Köpfen. Oh, guck mal eben wieder auf, Jimbruder, da an der Frankfurter Mauer, Digga, sie kommen rüber. Oh nein, Bruder, die Almans. Wallabieler, die kommen immer mit der Polizei, ja? Und die abnormalen Almans sogar mit Anzeige. Ihr habt euch freiwillig gemeldet für den Hamoudi-Klan. Ja, Salami, wir beschützen diese Hut. Du sagst es, Bruder. Hauptgechillter Merd? Aktiviert die Shisha-Schläuche und erledigt die Almans. Aber Hauptgechillter Merd, das ist nur Deko, du weißt. Dann steigt in diesen AMG, ihr Köphex, aber vorsichtig, ja? Der ist auf Senf mit Leiter und Spülmittel angelehnt auf Geleset-Basis, ihr wisst Bescheid. Oh nein, Bruder, Jarni, die sind jetzt in Frankfurt alle. Oh nein, sie verteilen Anzeigen gegen Ruherstörung um 22 Uhr und eine Sekunde. Seht, der abnormale Almans. Oh, Goldsticker, ja? Äh, Ärzte und Ingenieure, ja? Hauptgechillter Merd, was machen wir jetzt, töbe töbe? Chillen, Kommandat Azad, chillen.